Schlag und fertig wird euch präsentiert von Phantasialand. Ob Fußballrentner oder ewiges Talent, das Phantasialand bietet für jeden fantastische Erlebnisse. Hallo und herzlich willkommen zur aller aller allerersten Folge von Schlag und fertig. Das ist unser neuer Podcast und mit uns meine ich mich. Ich bin Fabian Köster und mir gegenüber sitzt Jonas Hector. Ich bin ehemaliger Fußballer, um das mal klarzustellen, die mich nicht kennen. Wir kommen ja schon aus verschiedenen Feldern. Du kommst ja eher aus der Satire-Politik-Richtung, ich aus dem Sport. Deswegen werden da wahrscheinlich ein paar zuhören, die mich nicht kennen. Und andersrum vielleicht auch. Andersrum vielleicht auch, ja. Deswegen ist es ja auch für uns sehr spannend, dass wir das Projekt so starten mit jemandem aus einem anderen Berufsfeld. Und ich muss sagen, ich war anfangs davon nicht so überzeugt. Finde ich gut, dass du mir das direkt reinwirkst, jetzt am Anfang. Ja, aber das hatte nichts mit dir zu tun, sondern eher mit mir, weil ich ja dann doch eher ein bisschen öffentlich scheu bin. Und so ein Podcast dann ja doch ausgestrahlt wird. Und die, die es wollen, können den ja hören. Und da war ich unsicher. Aber ich muss sagen, dass unsere Produzenten uns da zusammengebracht haben und mir zumindest auch viel Mut zugesprochen haben. Und da wir das ja auch schon mal getestet haben, muss ich sagen, hat es dann doch Spaß gemacht. Und es ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ja, man sagt ja auch immer, Politik und Fußball gehört nicht zusammen. Deswegen finde ich gut, dass wir es jetzt einfach mal zusammenbringen. Das muss auch mal sein. Wir sind quasi die One-Love-Binde des Podcasts. Ja, auf jeden Fall. Also zumindest wollen wir das werden. Und ich bin gespannt, ob wir das irgendwie bringen können. Oder ob wir dann auch irgendwie gecancelt werden. Von wem auch immer. Du bist ja jetzt quasi Rentner, muss man ja auch erst mal sagen. Du hast deine Karriere beendet. Also du bist eigentlich, wenn die CDU immer von diesen Bürgergeldempfängern redet, die dem Staat auf der Tasche liegen und keinen Bock mehr haben zu arbeiten, bist du eigentlich gemeint, oder? Noch nicht. Also es gibt ja noch das Arbeitslosengeld für die ersten zwölf Monate. Dann würde ich da reinrutschen. Deswegen würde ich mich eher aktuell als arbeitslos bezeichnen. Berufsrentner ist, glaube ich, auch noch ein recht treffender Begriff, weil ich da auch nicht mit einem Come-Weg-Liebäugel. Deswegen würde ich mich da so bezeichnen. Ich wurde auch die letzten Monate das ein oder andere Mal angesprochen als Rentner. Aber da sehe ich mich noch nicht. Und ich glaube, da bin ich noch zu jung für, zu sagen, jetzt wird nicht mehr gearbeitet. Hast du schon Enten gefüttert im Park? So weit bin ich wirklich noch nicht. Aber ich habe schon welche beobachtet im Park. Mit einem kleinen Sohn, der das natürlich spannend findet, ist das hier und da mal eine Freizeitbeschäftigung, die wir dann auch tätigen. Ja, das finden wir ja, glaube ich, auch interessant an unserer Kombination. Wir sind ja altersmäßig gar nicht so weit auseinander. Und trotzdem bist du quasi schon fertig mit deinem Berufsleben. Ich hoffe ich noch nicht, also mal sehen. Außer wenn die AfD jetzt stärkste Kraft wird bei der nächsten Wahl, dann bin ich wahrscheinlich auch Rentner sehr schnell. Aber vielleicht wird es dann auch noch ein bisschen ruppiger in deinen Interviews. Das ist ja das, was du machst, den Politikern so ein bisschen auf den Zahn fühlen. Genau, heute Show mache ich vor allem. Ja, mache doch so seriöse Interviews, nennen wir es mal so. Ganz seriös. Unterhaltsam auf jeden Fall. Da ist nämlich das, was mich seit unserer ersten Aufnahme auch im Kopf rumschwebt. Das habe ich dich da gar nicht gefragt. Und das muss ich jetzt machen. So wie ist das denn wirklich bei so einer Aufnahme? Also vor und hinter der Kamera. Sind die Politiker da anders oder sind die einfach wirklich genervt von dir? Und wenn man sich da mal so trifft, dann geht das genauso weiter? Oder kommt man da irgendwie zusammen? Also es ist eine Mischung daraus, weil oft gibt es gar kein wirkliches hinter der Kamera. Weil Politiker sind ja auch immer im Stress eigentlich. Wir haben ja oft auch keine verabredeten Interviews, sondern stehen dann im Bundestag rum oder bei Parteitagen. Und unsere Interviews sind dann quasi immer zwischen Tür und Angel. Also manchmal steigt der Politiker aus dem Auto aus und geht zu der Messehalle, wo der Parteitag stattfindet. Und in diesem kleinen 200 Meter Zeitraum, da setze ich an und versuche das Interview unter Dach und Fach zu kriegen. Und da bleibt dann nicht so viel Zeit für vorher, nachher geplänkelt. Aber manchmal gibt es natürlich auch verabredete Interviews. Und da schüttelt man sich immer schon vorher die Hand. Alles gut soweit. Und dann geht es aber auch schon los. Also da gibt es jetzt nicht großartigen Austausch. Also wenn es den Austausch gibt, dann bei den 200-Meter-Interviews, sehe ich die dann eher an dem genervten Blick des Gegenübers. Ich glaube, den hat jeder schon gesehen, der mal in die Heute-Show reingeguckt hat. Oder ich habe dann auch manchmal Austausch mit den Security-Menschen, mit den Politiker. Manchmal auch so, dass ich den Ellenbogen so leicht gegen die Rippen gedrückt kriege. Dann weiß ich auch. Es war ein gutes Interview. Also doch mit Kontaktsport. Mit Kontaktsport. Eigentlich ist es im weitesten Sinne ein Kontaktsport. Das kann man so sagen. Ja gut, du musst deine Position behaupten. Ja, definitiv. Aber wenn du jetzt, wie am Wochenende, du warst ja auf dem Oktoberfest unterwegs, was ich dir so mitbekommen habe. Hast du das jetzt hier direkt schon der Breitenöffentlichkeit erzählt? Das ist ja schlimm. Wir können auch gerne nochmal was anderes bereden. Nee, aber warum nicht? Oktoberfest ist ja wunderbar. Warst du mal auf dem Oktoberfest? Ich war auch schon mal da, ja. Zweimal. Bin auch Freund von. Also ich finde das auf jeden Fall lustig. Aber wenn jetzt da so ein Markus Söder, wenn du den treffen würdest, würde man da auch mal ein Maß zusammen trinken? Meint ihr auf der Ebene, werdet ihr dann? Oder ist es dann so, dass dann eher die Abneigung da mitspielt? Also zu Markus Söder habe ich ja eine ganz besondere Beziehung. Fanboy. Also du bist ja... Fan, ich bin ja schon fast schon Stalker, kann man sagen. Weil Markus Söder ist einfach... Ich weiß gar nicht, so einfach die richtigen Worte zu finden. Markus Söder ist einfach Markus Söder. Es gibt niemanden, der so ist wie Markus Söder. Und ich verfolge seine Karriere schon sehr lange. Da war er noch bayerischer Finanzminister da. Da habe ich mir schon seine ersten Instagram-Fotos angeguckt. Boah, mein Leben klingt ganz schön traurig, wenn ich das mal genümmelde. Das ist ja schrecklich. Aber Markus Söder und ich, wir haben genau eine besondere Beziehung. Wir haben schon ein paar Mal zusammen gedreht. Ich bin schon eine Art Fan, weil auch niemand so schöne Instagram-Vorlagen für Memes liefert wie Markus Söder. Dann hat er ja auch seit einiger Zeit sein, ich nenne es mal Format Söder isst, wo er Essensbild auf Instagram postet, hauptsächlich Fleisch. Sehr unterhaltsam, kann nicht nur jemand herzlegen. Und da bin ich einfach Fan. Also das unterhält mich schon sehr gut. Und privat habe ich aber noch keinen Kontakt mit ihm gehabt, sondern wir haben uns dann immer nur bei Drehs gesehen und in Interviews. Wir haben letztens sogar mal ein Instagram-Live gemacht, also ein Livestream. Also er weiß durchaus auch, dass ich sein Top-Fan bin. Das ist schon bei ihm angekommen. Aber wir haben jetzt noch nie mal so geredet. Also ich habe keine Ahnung, wie es wäre, mit Markus Söder eine Maß Bier zu trinken. Und es ist, glaube ich, gar nicht so einfach, weil Markus Söder, auch das spricht für sein Phänomen. Einer der wenigen Politiker, der es schafft, wirklich fünfmal am Tag in einem Bierzelt zu stehen und einen Krug Bier hochzuhalten, aber immer nur Cola Light zu trinken, nach dem, was ich so gehört habe. Also der trinkt keinen Alkohol. Er hält immer nur das Maß Bier in die Höhe, aber trinkt nicht draus. Du hast die Kontenanz bewahren. Ja. Aber wäre es denn sowas, was du auch anstrebst? Auch mal so ein Markus Söder privat? Äh, nee. Nicht so richtig. Aber würdest du es nicht interessant finden, einfach... Warum willst du, dass ich mich mit Markus Söder treffe privat? Nein, ich finde es einfach interessant, ob du dann auch die Gelüste hast. Jetzt hast du Gelüste und Markus Söder in einem Satz gesagt, jetzt wird es langsam wirklich schwierig. Dass du die Gelüste hast, so eine Person auch privat zu treffen, um zu sehen, ist der denn so, wie er sich gibt oder eben nicht? Ja gut, da gehe ich mit, das fände ich schon interessant, weil gerade bei Markus Söder weiß man ja gar nicht, wer der echte Markus Söder ist. Der hat ja in seiner politischen Karriere so viele Richtungswechsel schon hingelegt. Man hat ja gar keine Ahnung, steht der Mann überhaupt für was? Am einen Tag umarmt er Bäume, am anderen Tag sind die Grünen sein Todfeind. An einem Tag macht er Asyltourismus und Grenzen dicht und am anderen Tag schwenkt er wieder komplett um. Das war ja bei der letzten Landtagswahl in Bayern so. Also den echten Markus Söder, den würde ich vielleicht schon mal kennenlernen. Oder gibt es den überhaupt? Das ist ja eine gute Frage. Also das ist einfach eine erfundene Person, die Politik macht. Genau. Aber ist das nicht das, was du beschrieben hast, Politik an sich? Ich glaube, es gibt schon auch viele Politiker, die gewisse Grundüberzeugungen haben und von denen dann nicht abweichen zumindest. Und bei Markus Söder weiß man noch nicht mal, was sind die Grundüberzeugungen. Das finde ich schon interessant. In denen kannst du alles quasi reininterpretieren. Und es wird der Tag kommen, an dem er das in einem Bierzelt in die Menge gröbelt. Also das ist schon interessant. Gleichzeitig fand ich auch wieder jetzt schön, ich war ja auf dem Oktoberfest. Und weil er ja jetzt auch schon sehr häufig sagt, dass die Ampel die Drogen legalisieren will. Und das wird dann ja schon so ein bisschen konterkariert, wenn am Nebentisch um 12 Uhr jemand seinen Dirndl vollkotzt. Ja, da gebe ich dir recht. Aber das ist eben Tradition. Das ist Tradition, das ist deutsche Leitkultur. Ich glaube, so wird man ja auch wahrgenommen. Als Deutscher zumindest auch teilweise im Ausland. Es ist das größte Volksfest der Welt. Ja, es kann schon sein. Also die haben schon so sechs, sieben Millionen Besucher im Jahr. So, und wenn dann Leute, die in Amerika Basketball spielen und Weltmeister werden, dann mit Weißwurstfrühstück begrüßt werden, dann ist das eben irgendwo der Stempel, den wir Deutsche auch im Ausland haben. Deswegen gehört das dann zu uns. Das ist so ein kleiner Moment der Bitterkeit. Ich meine, wir beide sind ja Kölner. Du bist Kölner. Ja gut, du bist ja Wahlkölner. Ja, ich bin jetzt ein paar Jährchen hier, das stimmt. Aber an sich bin ich ja auch kein Kölner. Ja, das stimmt. Was bist du nochmal? Ich bin Saarländer. Ja. Also, dass wir so ein paar Gags auch einstreuen in den Podcast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema hatten wir bei unserer Probefolge ausführlicher. Deswegen sind wir jetzt schon so ein bisschen am Kichern. Da muss man aber zusagen, dass die Eifel auch ein bisschen was abbekommen hat. Ja, das stimmt. Da kommt meine Familie väterlicherseits her. Ja, ich komme nochmal zurück zum Oktoberfest, weil du noch gar nicht erzählt hast. Wie kam es denn dazu, dass du da warst? Also, war es während deiner Karriere als Fußballer oder vorher? Ja, ich war auch zweimal mit der Mannschaft da. Zweimal haben wir in München gespielt und sind dann da geblieben mit Teilen der Mannschaft. Frustsaufen? Einmal haben wir sogar ein 1-1 geholt. Wow. Hatten sogar in der letzten Minute eine Riesenschance. Hätten wir das gewonnen, ich glaube, dann wären die Wiesen uns gewesen. Aber auch so haben wir es gefeiert, als ob wir gewonnen hätten. Das muss man wirklich sagen. Das zweite Mal war dann eher das beschriebene Brustsaufen. Und da war nicht viel zu holen, außer die Maße. Außer die Maße. Und da sind wir dann mit der ganzen Mannschaft geblieben. Aber es ist trotzdem lustig. Also ich glaube, wer sowas ja generell mag, viele Menschen, entsprechende Musik, gutes Essen, ein Bierchen, das auch schmeckt, dann hat man da, glaube ich, schon Spaß. Ich denke, das ging dir nicht anders. Nee, es war wirklich feuchtfröhlich. Das kann man nicht anders sagen. Ich finde ja immer interessant, als Kölner hat man ja den Vergleich zum Karneval so ein bisschen im Kopf. Da, finde ich, gibt es schon Unterschiede auch. Also beim Oktoberfest sitzt man in diesem riesigen Festzelt. Das ist ja in Köln dann eher in kleineren Kneipen alles verteilt über die Stadt. Und da ist es auf einer Wiese so konzentriert. Und also gefühlt wird noch mehr gesoffen einfach. Also ich hatte das Gefühl, das Thema Saufen steht schon sehr im Vordergrund. Das will ich gar nicht negativ wertend meinen. Aber es steht schon im Vordergrund. Also es geht jetzt keiner zwingend dahin und sagt, boah, ich freue mich richtig, richtig, richtig auf eine Haxe. Und dann gehe ich wieder nach Hause, was auch lecker ist. Aber die meisten verbinden es wirklich dann mit der deutschen Leitkultur. Mit der deutschen Leitkultur, die wir eben schon angesprochen haben. Es war wirklich, am Nebentisch war nicht ausgedacht. Das war so eine spanische Familie, Großmutter, Mutter, Tochter, die auch so klassisch spanisch, so erzkatholisch und konservativ wirkten. Und sich dann da aber die Maß Bier und dann kotzte sich die Tochter auf das Dirndl. Und es war wirklich eine schlimme Situation für alle Beteiligten. Weil das riecht ja dann auch dementsprechend. Das ist das Schlimme. Und dann hast du daneben die Mutter und die Großmutter sitzen, die einfach so peinlich berührt vor sich hin starten. Und dann kamen ja dann auch Leute und wischen das dann sauber und so. Das ist alles so, das war so schlimm. Ja, aber was ist mit der Tochter dann passiert? Die war dann irgendwann weg und kam dann aber wieder. Mit dem Dirndl leicht gesäubert. Vielleicht fleckig noch auf der Brust. Leicht fleckig auf der Brust. Ein bisschen Deodorant drüber gesprüht. Das ergibt ja dann auch so eine besonders schöne Melange. Und ja, dann ging es munter weiter. Also die haben Deutschland in vollen Zügen genossen, glaube ich. In vollen Krügen, könnte man sogar sagen. Also ich glaube, da sind dann auch wirklich diese Touristen, die dann da hingehen. Also ich würde mich dann auch als Tourist bezeichnen, wenn ich auf dem Oktoberfest bin. Die das dann aber auch so erzählen. Wir haben das Programm voll durchgezogen. Also wir haben es auch gesehen und wir waren voll dabei. Maria hat sogar gekotzt. Das war super. Also wir hatten alles dabei. Der hat den voll. Und die Deutschen, die waren zufrieden mit uns. Die waren zufrieden. Die sind stolz gewesen. Die sind stolz. Tja. Also wir reden ja genauso darüber danach. Ja. Am nächsten Morgen. Genau. Was ist passiert. Wer hat am besten gefeiert, wer nicht. Und ich glaube, das ist dann auch bei denen, die aus dem Ausland kommen, genau das Gleiche. Ja. Wie viel Maß hast du geschafft? Boah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Aber ich trinke da auch nicht so viel, weil irgendwann merke ich, ich kriege das Bier nicht mehr rein. Ja. Das ist für mich auch ein guter Indikator. Das war es jetzt. Jetzt beherrsch dich bitte. Aber übertrieben habe ich es nie. Ja. Hättest du vielleicht mal der Spanierin sagen sollen, den Tipp. Du warst doch da. Ja, ich hatte. Bei manchen ist das ja auch nicht der Fall. Die trinken ja weiter und dann bist du irgendwann über diesen Punkt. Aber ich kriege es oftmals hin, dann zu merken, boah, das Bier geht nicht mehr rein. Also wenn ich nur Bier trinke, dann kriege ich es oftmals gut hin. Also ich war glaube ich so bei vier Mass am Ende und das merkt man dann auch schon ordentlich. Also vor allem finde ich den Unterschied da zu Karneval, so ein Kölsch 0,2, klar, da wird immer deutschlandweit drüber geschimpft. Aber das kannst du immer dann nochmal trinken. Aber dann hast du irgendwann diesen halbvollen Krug noch vor dir stehen, der immer wärmer wird. Ja, das ist das Schlimme. Da gebe ich dir recht. Ja. Wenn du den letzten pisswarmen Schluck trinkst. Also das ist... Und dann wird Leila angemacht. Das ist eben Tradition. Das ist Tradition. Und am Anfang ist es ja auch super geil, wenn du diesen ersten Mass-Krug kriegst. Der erste geht ja auch relativ schnell runter. Der geht schnell runter. Das muss man ja sagen. Da ist ja gefühlt der letzte Schluck auch nicht warm. Nee, das ist wirklich top. Bei mir fängt es ab dem zweiten an, wo man sich dann nach zwei Drittel denkt, muss das sein? Muss das sein? Schmeckt dir das überhaupt? Meistens fällt die Antwort erstmal mit Ja aus. Und dann so ab dem dritten, dann überdenkt man das dann nochmal. Aber es ist dann auch schon zu spät. Meistens, ja. Aber es war auf jeden Fall eine lustige Erfahrung. Also ich war auch zum ersten Mal auf dem Oktoberfest. Ja, glaube ich, ich würde nochmal hinfahren. Das ist mein Fazit. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ja, doch. Ich würde es nochmal machen. Aber was ich tatsächlich auch interessant finde, ist... Wir sprachen ja eben schon über Markus Söder, dass ich dann natürlich auch von ein paar Leuten erkannt wurde und mich dann auch einer, auch so ein junger Typ, in Vollmontur beiseite genommen hat, der dann ein Foto machen wollte und mir dann aber noch wirklich ernst mit auf den Weg gab, aber schon mal ein bisschen mehr Respekt zeigen vor Markus Söder. Gut, der hat überall seine Jungs rumlaufen. War der denn auch betrunken und hat es denn hinbekommen? Weil manchmal ist es ja so, dass man angesprochen wird und du kannst es ja gar nicht ernst nehmen. Also das ist ja... Ja, ich meine, wenn er betrunken gewesen wäre, dann wäre es ja noch eine Ausrede, dass er Markus Söder verteidigt hat. Aber ich glaube, er meinte das komplett ernst. Also es war so ein junger Union-Typ, der mir einfach mal mit auf den Weg geben wollte, dass ich mal den Landesvater, den König von Bayern, so ein bisschen mehr mit Achtung, mit ein bisschen mehr Abstand vielleicht, gesunder Respekt Markus Söder gegenüber. Vor allem, wenn du auf deren Grund bist, ne? Ja, ja, eben. Wenn ich schon in Bayern zu Besuch bin, dann... Geduldet wirst du da. Geduldet, ja. Mehr nicht geduldet. Dann wieder nach NRW abgeschoben. Ich denke, die haben dich beobachtet, bist du eingestiegen, bist du und der Zug wirklich weggefahren ist. Er ist weg, er ist weg. Meinst du auch, wenn du dann unterwegs bist, denken Leute dann wirklich, du hast vielleicht doch irgendwo eine Kamera noch im Schlepptau? Ja, das fragen tatsächlich viele, ob ich heute privat nur hier bin. Wenn ich dann sage, klar, der Gedanke liegt erstmal nahe, weil ich dann auch in Lederhose und Trachtenjacke gehe ich so wirklich privat raus. Die traurige Antwort war, ja, bin ich. Aber das gehört ja dann auch dazu. Das gehört ja auch dazu, klar, da gebe ich mir dann auch keine Blöße. Aber ja, das fragen dann viele, aber sind dann meistens auch erleichtert, wenn die Kamera nicht dabei ist. Ja, wahrscheinlich auch manchmal aufgrund des Zustandes. Ja, schon möglich. Je nachdem, wann man über die Wiesen läuft, ist es ja dann... Ja, das ist ja am Ende auch kein Laufen mehr, also da wird schon rumgetorkelt ohne Ende. Das ist wirklich schon absurd. Es gibt ja dann diesen berühmten Kotzhügel auch, wo ein Freund von mir direkt daneben wohnt, der das wirklich in den zwei Wochen anschaulich beobachten kann, jeden Tag. Das hat sowas von Tierdoku auch. Ja, das wollte ich gerade fragen. Der könnte ja eine Kamera aufstellen und einfach mal dokumentarisch begleiten. Das war so für Dreisat oder für Arte, so eine Naturdoku einfach. Oder ein Livestream. Ja, oder ein Livestream. Das fände ich auch interessant. Es gibt wohl auch die Seite münchenkotz.de, habe ich dann von ihm erfahren, wo die schönsten Bilder... Da habe ich kein Verständnis für. Also für eine Doku würde ich sagen, ich wohne da, ich kann eine Kamera aufstellen, da musst du ja auch nicht viel machen. Aber da jetzt bewusst Bilder zu machen, die dann hochzuladen, also das ist auch fragwürdig, finde ich. Ja, deutsche Leitkultur. Da habe ich aber auch direkt was zur deutschen Leitkultur im weitesten Sinne. Ich muss jetzt mal die deutsche Bahn loben. Ich weiß, das ist ungewohnt. Aber ich habe gestern gesehen auf Twitter oder ehemals Twitter, Beatrix von Storch, die, ja, nennen wir sie mal Politikerin, ist mit dem Zug gefahren. Und ich kann es dir mal kurz vorlesen, sie war sehr enttäuscht und sauer, weil der Zug mal wieder zu spät war. Und das kennt ja jeder. Aber was sie daraus gemacht hat, sie hat dann ein Selfie von sich gepostet vor dem ICE und der ICE war in Regenbogenflaggen angemalt. Und sie hat die Verspätung darauf geschoben, was ich auch einen sehr interessanten intellektuellen Move finde, sagen wir mal. Die Bahn kann wirklich nur noch Vogue. 25 Minuten verspätete Abfahrt, wie ganz Deutschland, nichts mehr auf die Kette kriegen, aber im rosa Tütü mächtig viel Regenbogen. So, und jetzt muss ich die Deutsche Bahn mal loben. Die haben geantwortet, wir freuen uns, dass sie ihr Ziel trotzdem erreicht haben. Die Rückfahrt fällt leider aus und haben Beatrix von Storch in die Wüste gefotoshoppt. Das finde ich schon mal sehr gut. Also ein Lob an die Deutsche Bahn an dieser Stelle. Ich glaube, du musst dich da auch mittlerweile wappnen vor solchen Angriffen. Ja. Gerade auf dieser Ebene, da brauchst du gute Leute, die da auch schlagfertig sind. Aber interessantes Verständnis von ihr, dass wirklich die Lackierung am ICE dafür gesorgt hat, dass der Zug zu spät ist. Ja, ich denke, das hat auch aerodynamische Gründe. Wenn das so bunt ist, hast du schon mal bunte Flugzeuge oder sonst was? Noch nie. Das funktioniert einfach nicht. Das ist ja Physik am Ende. Da guckt nämlich jemand über den Tellerrand hinaus. Das ist, was der normale Laie nicht erkennt, wird von solchen Personen. Ja, was die Altparteien auch nicht mehr erkennen. Ja, traurig. Traurig. Ich denke mal, für euch in der Heute-Show steht ja jetzt auch ein bisschen was an. Sind die Wahlen, die jetzt vor der Tür stehen, Teil des Programms? Oder darfst du das nicht sagen? Oder wie wird da drauf geschaut? Ja, doch. Wir sind ja eine aktuelle Sendung, die immer einen Wochenrückblick machen. Also am Sonntag wird ja gewählt in Bayern und in Hessen. Gut, Hessen ist die Ausgangslage schon relativ klar ja eigentlich, dass die CDU da wohl die Wahl gewinnen wird. Und Nancy Faeser, die SPD-Kandidatin und Innenministerin ja auch, stolpert ja eher von einer Panne zur nächsten. Aber Bayern ist natürlich wirklich interessant. Jetzt kommen wir schon wieder auf Markus Söder, also sehr Söder-lastig, die Folge. Aber wenn Markus Söder wirklich unter seinem Wahlergebnis vom letzten Mal bleibt, dann wird es sogar wackelig für ihn. Ich glaube zwar nicht, dass er dann fallen gelassen wird, aber sein großes Ziel gerät dann außer Reichweite, Kanzler zu werden. Ich glaube, nur wenn er an die 40-Prozent-Marke kommt, kann er nochmal in den Kanzlerwahlkampf der Union eingreifen. Sonst wird es traurig. Sonsten wird es der März. Ja, gut, daran glaube ich auch nicht. Friedrich Merz muss ja erstmal einen Zahnarzttermin finden. Ziemlich voll. Ziemlich voll, leider alles. Viel Glück an dieser Stelle, Herr Merz. Meine Gedanken sind bei Ihnen, dass Sie es nochmal schaffen. Gerade als Privatpatient hat man das ja super schwer, immer einen Zahnarzttermin zu finden. Also toi, toi, toi kann ich nur sagen. Von meiner Seite aus. Wissen Sie, ich möchte es dir auch nochmal Glück wünschen. Ja, ich schließe mich da an. Also, wie heißt die Internetseite? Dr. Lib? Ich will jetzt auch keine Werbung dafür machen, aber ich denke, da findet sich was. Ja. Und dann, gerade im Alter, da muss man natürlich auch regelmäßig zur Kontrolle. Sie schaffen das, Friedrich. Ja, was machst du denn jetzt seit Mai eigentlich so? Ja, relativ wenig würde ich jetzt gar nicht sagen. Also, gefühlt habe ich sehr viel Freizeitstress. Ich bürde mir da viel auf. Ich bin immer noch sehr sportlich unterwegs. Die eine oder andere Gazette hat das ja auch schon veröffentlicht, dass ich einen Triathlon gemacht habe. Anfang letzten Monats. Und da habe ich mich natürlich auch vorbereiten müssen. Ich mache, oder ich tätige jetzt Sportarten, die ich früher nicht machen konnte. Zumindest nicht während der Saison oder deutlich weniger. Deswegen bin ich auch ein bisschen angefressen, dass du so spät gekommen bist. Weil ich gleich noch zum Paddel. Ich glaube, Paddel ist die richtige Aussprache. Ich glaube, weil es aus Spanien kommt. Wir Deutsche sind ja mit Paddeltennis dann, ich glaube, das hört kein Spanier gern. So Sachen mache ich aktuell viel. Und ja, habe mich jetzt über die letzten vier Monate auf diesen Podcast vorbereitet. Also ein sehr, sehr intensives Leben, was du gerade fühlst. Das ist es wirklich. Also man hat ja auch Zeit im Vergleich zu früher, auch mal am Wochenende im Vorhinein zu planen, was sehr, sehr schön ist. Man kann mal Hochzeiten besuchen, die früher auch nicht möglich waren, weil sie während der Saison waren, während dem Spiel am gleichen Wochenende. Und das habe ich jetzt auch schon gemacht. Und das ist wirklich ein schönes Gefühl, nicht mehr so sehr fremdbestimmt zu sein. Wie ist es mit dir so? Also verfolgst du weiterhin in die Bundesliga den FC? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann auch nicht ohne Fußball. Das wurde ja auch schon geschrieben. Das ist meine zweite Karriere hier in der bunten Liga. Da wird ja auch irgendwie breit gedreht. So eine Amateurliga in Köln. Genau. Das ist eine wirkliche Hobbyliga. Da konnte ich letzte Woche auch nicht spielen. Da ist aber auch keiner böse, wenn man nicht kann. Das ist sehr vorteilhaft. Und ich muss sagen, wenn man nicht mehr in dem Fußballzirkus mit drin ist, dann macht es auch noch mal viel mehr Spaß, Fußball zu verfolgen. Ich muss auch sagen, dass ich die letzten Jahre immer ein bisschen angefressen war. Wenn wir verloren haben, dann hatte ich auch keine Lust, irgendwie nach Bundesliga zu gucken. Und das hat sich jetzt noch mal ein bisschen gedreht, dass ich mich wirklich samstags auf die Konferenz freue. Ich freue mich, wenn ich ins Stadion gehen kann und in den FC zu gucken. Klar ist es aktuell eine schwierigere Zeit, aber trotzdem freue ich mich drauf, mich auf den Weg zu machen, das Spiel zu gucken, danach nach Hause zu fahren oder vielleicht noch weiter zu ziehen, in Kölsch zu trinken. Das, was man alles früher nicht hatte oder schon mal hatte und dann weg war und dann noch mal da ist, das macht auf jeden Fall Spaß. Also der ganz normale Fußball-Fan-Alltag quasi. Ja, so würde ich mich auf jeden Fall bezeichnen. Ich bin ein Fan. Du willst dich ja, glaube ich, nicht immer so ganz spezifisch zur aktuellen Lage beim FC äußern, damit die einschlägigen Zeitungen hier in Köln, der Express zum Beispiel, jetzt nicht jeden Tag Artikel draus fahren. Aber ich kann ja mal anders fragen, freust du dich schon auf die Spiele nächste Saison gegen Schalke? Ja gut, das wird sich ja auch noch ausstellen. Ich glaube schon, dass da noch mehr drin ist, als jetzt den Abstieg schon zu kommunizieren, definitiv. Aber das ist ein weites Stück Arbeit. Ich glaube, das wird jedem jetzt bewusst, dass man nicht nur mit Aufwand Punkte holt, sondern da gehört ein bisschen mehr dazu, auch ein bisschen Glück. Vor allem das Spielglück, wenn man sich die Partien so anguckt, ist eine schwierige Phase. Und das tut dann irgendwie weh, weil man, also ich weiß, was die Jungs auch investieren. Und da kommt nichts bei rum, das ist enorm bitter. Und da Fußball viel vom Selbstvertrauen abhängt, ist es eben schwer, aus solchen Situationen auch rauszukommen. Aber du hast jetzt zwei Spiele vor der Brust mit den Derbys oder mit dem Nachbarschaftsduell und dem Derby, die auf jeden Fall den Bock auch umstoßen können. Wir können auch gerne ein Phrasenschwein aufstellen. Ja, wirklich. Aber das ist ja wirklich so. Wenn du so weitermachst, wirst du in einen Doppelpass eingeladen. Halleluja, ja. Da freue ich mich doch drauf. Wir wünschen auf jeden Fall weiterhin viel Glück. Glück brauchen sie auf jeden Fall. Ja, man merkt, ich halte mich da so ein bisschen zurück. Ich fühle mich da immer noch zu sehr befangen. Das ist auch okay. Wir müssen ja nicht nur über Dramatik im Fußball reden. Die Bundesliga ist ja wirklich spannend, was die Tabellenspitze auch angeht aktuell. Ja, ich glaube, das könnte wirklich eine sehr, sehr spannende Saison werden. Man sieht ja, dass es relativ ausgeglichen ist oben, dass man drei, vier, fünf Mannschaften hat, die konstant punkten und die auch eigentlich konstant gut spielen. Und da erhofft sich natürlich jeder Fan, dass es bis zum Ende spannend bleibt. Das hat man ja letztes Jahr gemerkt. Klar, wir waren da am Ende auch noch im Titelkampf involviert. Aber wie sehr Deutschland darauf gelächelt hat, einen anderen Meister zu haben, beziehungsweise auch einfach mal so ein spannendes Saisonfinale wieder zu haben, wie es dann auch war. Und da muss ich jetzt sagen, ich hoffe, das wird nicht irgendwann rausgenommen im Mai, wenn irgendjemand schon die Meisterschaft gefeiert hat und man wird zitiert. Aber man hat schon das Gefühl, dass es da niemanden gibt, der alleine vorneweg marschiert. Und das ist schön für jeden Fußballfan. Außerdem war der Ryder Cup. Ich weiß nicht, ob du Golf interessiert bist. Nicht so richtig, aber es ist ja auch so ein Fußballer-Ding, Fußballprofi-Ding, Golf nebenher zu spielen, oder? Ja, man hat ja Zeit. Über den Tag. Man trainiert ja ein oder zweimal und dann hat man Zeit. Es gibt ein paar, aber ich muss sagen, zum Beispiel in der Mannschaft letztes Jahr waren nicht viele Golfer drin. Also der Großteil bei uns hat mit Golf nichts am Hut. Ich meinte ja auch Profi-Fußballer und nicht FC Köln-Spieler. Das ist gemein. Das ist gemein. Das ist gemein. Aber der lag natürlich jetzt auch auf der Straße. Ja, natürlich. Ja, ich war ja nur elf Jahre FC-Profi. Danke dafür. Das ist wirklich sehr nett von dir. Aber ja, der Ryder Cup war. Erklär nochmal, da spielt die USA gegen Team Europa immer, ne? Genau, alle zwei Jahre, da wechselt auch der Austragungsort, beziehungsweise der Austragungskontinent. Einmal USA, vor zwei Jahren war es in den USA, jetzt wieder in Europa. So wechselt das alle zwei Jahre hin und her. Und da muss man sagen, wer dann denkt, Golf ist immer so ein langweiliger Sport, sieht man mal, was so ein Wettbewerb auch im Golf auslösen kann. Weil dann hat es ja wirklich von der Stimmung her Fußballstadien, ähnliche Atmosphäre. Und das ist dann schon ganz gut zu gucken, wenn man sich dafür interessiert. Und da merkt man auch, muss ich sagen, da hatte ich mich gestern mit jemandem unterhalten, wie sehr die ja eigentlich Einzelsportler sind. Aber in so einem Teamwettbewerb diese Emotionen mal zeigen, die man von Mannschaftssportarten kennt. Und da frage ich mich auch, steckt das in denen drin, die würden das auch gern öfters mal rauslassen, weil die haben ja nur ihren Caddy auf dem Platz zusammen über die vier Tage, die sie spielen, wenn sie denn vier Tage spielen. Und so hast du einfach mal jemanden, mit dem du dich freust, der dir auch so ein bisschen manchmal den Druck nimmt, weil er deine schwächeren Phasen ausgleichen kann, was du ja normal nicht hast, weil du nur auf dich gestellt bist. Und da hat man das Gefühl, dass das so erlösend manchmal ist für die. Und wenn dann noch die Stimmung so ist, wie sie war, dann ist das wirklich sehr, sehr gut zu gucken. Und sind da auch Zuschauer dann richtig vor Ort oder wie läuft das ab? Ja, ja, ich glaube, da ist über den Tag 55.000 Zuschauer auf dem Platz. Klar verteilt sich das ein bisschen, aber an den ersten beiden Tagen hat man jeweils vier Matches auf dem Platz. Also sind vier Löcher besetzt, 55 durch vier, dann sind wir bei knapp. Wo sind wir da? Ich habe auf dich gewartet. Ich sage mal so ungefähr 13.000 pro Loch, wenn man das mal runterbricht. Also da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und wenn dann 10.000 beim ersten Abschlag sind und da irgendwie die Spieler einheizen, teilweise die Amerikaner so ein bisschen ausbuhen auch, also wirklich wie man es aus dem Fußballstadion kennt, dann ist das schon unterhaltsam. Dann kann man das ganz gut gucken. Wer hat denn gewonnen eigentlich? Europa. Europa hat gewonnen. Ich muss auch sagen, da bin ich dann sehr patriotisch, weil die Amis dann auch, die vor zwei Jahren, die haben deutlich gewonnen und gerade der amerikanische Fan, egal ob es dann auch beim Golf ist oder sonst welche Sportart, die sind ja dann auch sehr patriotisch und das nervt dann auch, wenn die so die Überhand haben. Und ja, da hat man auch mal rumgeschrien zu Hause. Da hat man sich den Emotionen der Spieler und des Publikums im Fernseher angeschlossen. Also das machst du jetzt in Fußballrennen, Golf zu Hause gucken und rumschreien. Auch, ja. Das finde ich gut, ja. Da bin ich sehr emotional. Da bin ich aber auch wirklich manchmal, muss ich sagen, Event-Fan. So war es bei der Basketball-WM auch. Also da das einzige Spiel im Free-TV das Finale war, war es auch das einzige Spiel, das ich geguckt habe. Aber ich habe natürlich so agiert, als ob ich die ganze WM gesehen hätte. Ja klar, man ist sofort Basketball-Experte natürlich auch, ne? Entscheidungen wurden in Frage gestellt. Das, was mich bei dem einen oder anderen Zuschauer die letzten 13 Jahre genervt hat, da habe ich mich einfach reinversetzt. Und genau so agiert. Also wenn man das irgendeinem Spieler dieser Mannschaft sagen würde, so was ich da reingeworfen habe, unqualifizierte Beiträge. Ah, das war bodenlos. Aber ich habe mich trotzdem gefühlt, als ob ich meinen Beitrag geleistet hätte. Unqualifizierte Beiträge vom Seitenrand. Oder wie man auch sagt, FC-Trainer. In den letzten Jahrzehnten meinte ich jetzt nicht Steffen Baungart. Er ist auch egal. Ich höre jetzt auf mit den FC-Witz. Das war der letzte FC, das ist sicher ein Schöner-Gemicht. Können ihn auch rausschneiden. Das tut mir leid. Ich bin mal gespannt. Eigentlich müssten wir einen Counter machen. Wenn so eine Ansage in der ersten Folge kommt, dann müssten wir einen Counter machen und zwischendrin einfach mal... Die sind halt sehr dankbar, weißt du, die kann man so mitnehmen. Weißt du, wenn du ja kein FC-Fan wärst, dann würde ich das auch verstehen. Aber dich trifft es ja auch. Hier, wir machen es anders. Sag nochmal, dass du unqualifizierte Beiträge von der Seite reingerufen hast. Ja, ich habe da auch, als ob wir es wieder einsprechen würden. Ja, ich habe unqualifizierte Beiträge vom Seitmann reingeworfen. Ja, oder wie ich sage, Schalke-Trainer. Der ja nicht da ist aktuell. Der nicht mehr da ist. Also ich muss sagen, das ist insgesamt wirklich eine lustige Situation gewesen, weil da ein Spieler stand, der einfach mal sein Herz im Interview gelassen hat, Tacheles geredet hat, dafür sanktioniert wird und aber eigentlich bestätigt wurde. Ja, Baumgartel war es, ne? Von Schalke, der nach der Niederlage, für die, die es nicht mitbekommen haben, quasi gesagt, das ist alles Driss, was wir spielen. Ja, und dass der Trainer natürlich den Plan vorgibt. Indirekt ist es natürlich, also man kann drüber streiten. Einerseits kann man sagen, ja, genau solche Typen wollen wir ja. Das ist ja die leidige Diskussion. Oder eben, ja, das macht man nicht. Ja, und dann wurde er in die U23, glaube ich, versetzt, plus Geldstrafe. Und zwei Tage später wurde der Trainer aber entlassen. Bedurfte der dann jetzt zurück eigentlich zur Mannschaft? Ich habe es heute gelesen. Also das eine Spiel, das jetzt Freitag war, da war er nicht im Kader. Ich weiß aber auch nicht, ob er in der zweiten gespielt hat. Auf jeden Fall war er nicht dabei. Aber jetzt wurde er wieder zurückgeholt in den Profikader. Mit einer Bestätigung. Ja. Ja, aber das ist ja genau das Gleiche wie beim FC. Das ist ja teilweise ein Pulverfass, wenn es da nicht läuft. Aufgrund der Gemengelage, du hast eine große Fanbase. Es ist ein sehr großer Verein. Es ist auch gerade in der zweiten Liga extrem viel Druck da. Und ja, wenn du dann die Ergebnisse nicht einspielst, keine Punkte holst, dann geht es eben schnell. Das ist das Geschäft. Es tut mir auch ein bisschen leid für Schalke. Also es sind ja viele Traditionsvereine da unten, die man eigentlich lieber oben sehen würde. Und ja, Schalke auch. Die Hertha, die war zumindest in den letzten Jahren, finde ich als neutraler Fan, einfach auch sehr unterhaltsam mit anzugucken. Ist dann doof, wenn die so ein bisschen aus dem Blickfeld der ersten Liga dann rausgehen. Deswegen, jetzt kriege ich das nicht mehr so mit. Also es war schon echt top, was die alles für Trainerwechsel hatten. Dann da mit Lars Windhorst als Investoren. Da war schon viel Schönes dabei. Da ist auf jeden Fall was dabei. Ein Potpourri an falschen Entscheidungen. Ja, definitiv. Und Pal Dardai finde ich aber als Trainer ganz sympathisch, muss ich sagen. Ja, der ist störig, muss man sagen. Also gefühlt kann passieren, was will. Weil der bleibt sich treu. Ob es gut läuft oder schlecht läuft, der bleibt sich auf jeden Fall treu. Und falls man doch mal Profifußballer noch werden will, muss man sich einfach von ihm adoptieren lassen. Weil seine Söhne spielen ja immer. Ich glaube, der Letzte wurde jetzt auf jeden Fall eingewechselt beim letzten Spiel. Der hat ja drei Söhne und alle spielen bei Hertha. Das kann ja auch mit Leistungen wirklich zu tun haben. Aber es klingt natürlich schon erstmal lustig. Du hinterfragst das ja schon. Aber es macht ja auch jemand mit. Der Letzte, also zwei waren ja eh im Verein. Der Dritte wurde jetzt gekauft. Und dann fängst du ja schon so ein bisschen an zu hinterfragen. Wie kommt das denn zustande? Also macht es das wirklich? Da fehlt nur noch die Frau, die vielleicht auf Sex auftribbelt. Frau, Tante. Frau, Tante. Ja, es wirkt komisch. Es wirkt komisch auf jeden Fall. Aber das passt ja auch wieder zur Hertha. Eben, deswegen. Also der Unterhaltungswert bei Hertha BSC. Allein deswegen müssen sie wieder aufsteigen. Toi, toi, toi dafür. Es wird schwer, glaube ich. Es wird schwer. Das ist zum Beispiel so eine Liga. Du interessierst dich vielleicht nicht so dafür. Aber ich glaube, die wird sehr, sehr spannend. Weil da kann jeder gegen jeden gewinnen. Da ist auch gefühlt die Punkteverteilung so ausgeglichen, dass wenn du drei Spiele gewinnst, bist du auf einmal auf dem Aufstiegsplatz. Verlierst du drei, bist du mitten im Abstiegskampf. Und das ist eine Liga, die zumindest vom Unterhaltungsfaktor, von der Dramatik her sehr, sehr spannend werden kann. Das ist meine Prognose. Ich als alter Experte. Alter Experte. Wirklich so. Zweite Liga bleibt spannend, ja. Und beim FC bleibt es ja auch spannend. Auf jeden Fall. Warst du denn schon im Stadion diese Saison eigentlich? Ja, Hoffenheim und jetzt Stuttgart habe ich im Stadion gesehen. Ja. Mit Kölsch ist es erträglicher, als wenn man auf dem Platz steht wahrscheinlich. Ja, also ich merke schon, dass es nicht mehr so ist wie früher. Wenn man verletzt war, dann ist man doch sehr, sehr angespannt und nervös. Das Gefühl ist jetzt erstmal so ein bisschen weg. Man ist trotzdem aufgeregt, weil man, wie eben schon gesagt, noch sehr viele Verbindungen auch zur aktuellen Mannschaft hat. Und da dementsprechend mitfiebert. Aber es ist jetzt nicht mehr so, dass ich nach einem verlorenen Spiel nach Hause gehe und denke, komm, lasst mich alle mal in Ruhe. Ich will jetzt noch ein Bier trinken und dann lege ich mich ins Bett. Also die Zeiten sind zum Glück vorbei, muss ich auch sagen. Das ist ganz schön, dass das Gefühl nicht mehr da ist, dass man da ein bisschen entspannter geworden ist. Aber da ich Fan bin, das kann man schon so sagen, ist man trotzdem angespannt. Und eine Viertelstunde nach dem Spiel tut es dann immer noch weh, wenn man die Jungs dann so sieht. Ja, ich fand es auch schade, dass ich nicht da sein konnte zuerst. War dann aber doch froh, dass ich aufs Oktoberfest gefahren bin stattdessen, als ich das Ergebnis gesehen habe. War es doch die richtige Entscheidung für das Spiel. Das glaube ich an deiner Stelle war es wirklich die richtige Entscheidung. Ja, dann geht man in die zweite Mannschaft mal gucken. Die punkten ganz gut. Oder man wird dann wirklich Erfolgsfan. Aber das ist ja zu langweilig. Das denke ich auch. Wenn man wirklich keine Täler durchschreiten muss, dann hat man den Fußball auch nie geliebt. Und da ist der Nächste. Das ist wirklich der Nächste. Also für mich stellen wir einen Phrasenschein auf. Ich finde, das können wir auf jeden Fall machen. Über die Folgen, da wird auch der eine oder andere noch kommen. Vielleicht packen wir es dann auch mal aufs Oktoberfest zu gehen mit dem ganzen Geld. Das ist doch gut. Für dich machen wir den Counter der FC-Witze. Ich denke, der kommt auch ein bisschen was zusammen. Da könnten wir auch einen kleinen Obolus dahinter schreiben, dass für jeden schäbigen Witz von dir was reinkommt. Und was wir auf jeden Fall, was ich jetzt auch aus meinen letzten Jahren kenne, auch bei so einem kleinen Strafenkatalog machen. Wenn einer zu spät kommt, zu Verabredungen, vielleicht nicht ganz pünktlich ist, dass wir da einfach auch ähnliche Beträge, die wir dann drinstehen hatten, im Strafenkatalog dann verwenden. Ja, finde ich gut. Und dann gehen wir da von nächstes Jahr aufs Oktoberfest. Da können wir alle mitnehmen. Da können wir alle mitnehmen. Machen wir mal eine kleine Mannschaftsfahrt. 30 Euro pro Minute. Da hätten wir jetzt schon ein bisschen was zusammen. Ja, schon ein bisschen was zusammen. Ja gut, dann werde ich wohl das nächste Mal pünktlich kommen. Naja. Aber dafür hast du ja auch deinen Job bei der Heute-Show. Du verdienst ja dann genug. Du bist ja der, der hier die Kohle reinbringt. Du bist der, der hier die Kohle reinbringt. Und dann kannst du dir auch erlauben, zu spät zu kommen und dann in die Kasse. Wer führt die Kasse dann? Das ist dann auch nochmal die Frage. Genau, das stimmt. Aber da finden wir schon jemanden, der die Kasse führt. Der darf nur nicht vom FC sein, weil mit Finanzen kennen die sich nicht so gut aus. Und zack, nächster FC-Witz rein in die Schatulle. Wir haben ja auch Portale, wo man glaube ich Fragen stellen kann oder Sachen kommentieren kann. Ihr könntet ja dann auch mal sagen, wie viel so ein Witz wert wäre. Ja, das finde ich gut. Aber realistisch, da muss jetzt keiner mit 100 Euro kommen. Nein, keine Ahnung. Was ist mir so ein FC-Witz wert? Da sollte ich auch nochmal in mich gehen. Und dann kann man das ja abgleichen. Vielleicht hat man dann bis nächste Woche schon die eine oder andere Vorstellung von Zuhörern oder Zuhörerinnen. Oder man sagt zuerst Zuhörerinnen. Zuhörerinnen und Zuhörer. Oder Zuhörerinnen. Ja, ich glaube, wir sind schon am Ende unserer ersten Folge angelangt. Oder hast du noch was Wichtiges auf dem Zettel stehen? Ich gucke mal gerade rein. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt nichts konkret. Wir haben ein paar Themen seicht abgehandelt. Das ist die beste Podcast-Beschreibung aller Zeiten. Ein paar Themen seicht abhandeln. Also besser kann man das nicht zusammenfassen, was ein Podcast ausmacht. Wir haben festgestellt, dass du großer Fan bist. Was wir eh immer noch machen wollen am Ende. Und da kommen wir zu deinem Lieblings... Meiner Lieblingskategorie. Jeder Podcast braucht ja auch eine Kategorie, haben wir uns gedacht. Und muss man vielleicht mal kurz erklären. Wir hier in Köln haben eine lokale Zeitung, die berüchtigt ist, kann man sagen. Der Express. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Du bist auch Fan, oder? Der Express hat ja auch deine Karriere begleitet. Zwangsläufig. Und auch die Ankündigung, dass wir einen Podcast machen. Also, wie du hattest gesagt, falls es mit dem Podcast nicht klappt, machst du dann einfach eine Dönerbude auf. Kleine Anspielung an Lukas Podolski, der ja hier ein paar Dönerbuden in Köln besitzt. Der Express hat als Schlagzeile daraus gemacht. Döneransage an Poldi. Der Express ist berühmt, berüchtigt. Und der Express hat tatsächlich eine Rubrik in seiner Online-Ausgabe. Ich weiß gar nicht, auch in der gedruckten Zeitung. Und zwar den Witz des Tages. Ja, wo man einfach mal zum gemeinsamen Abschmunzeln am Frühstückstisch zusammenkommt. Und wir haben uns ja gesagt, wir lesen ihn nicht vorher. Du liest ihn vor. Ich habe ihn noch nicht gelesen. Wir lassen uns berieseln. Wir lassen uns berieseln. Also, hier kommt der Witz des Tages. Gast zum Kellner. Ich hätte gerne ein steinhart gekochtes Ei, eiskalten Speck mit Bohnen, verkohlten Toast, etwas ranzige Butter und einen mal gut abgestandenen Kaffee. Kellner. Das dürfte etwas schwierig werden. Gast. Wieso? Gestern ging es doch auch. Wow. Ja. Also, ich schätze, wir können es ja jetzt leider nicht hören, aber ich schätze, viele werden jetzt zu Hause lachen und sich kugeln. Und ja, es ist einfach stark. Der Witz des Tages. Komm, spiel ein, die Musik. Besser wird es auch nicht mehr, glaube ich. Ja, dann hören wir uns nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Mach's gut. Du auch. Schlag und Fertig ist eine Produktion von Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacker Einfach. Neue Episoden gibt es immer mittwochs, überall dort, wo es Podcasts gibt. Flutlichtfilm in Zusammenarbeit mit Knacken.